Hallo, hier euer Tazhorster-Youtuber von neben allem. Ich probiere die neue Jorte Pink-Waldbeere. Schämisch. Süß. Beerig. Sehr süß. Ich muss sagen, ist eine schöne Alternative. Schmeckt ein bisschen so wie die Kunst-Waldfrucht von früher. Nicht so wie der Eistee, der ein bisschen auf der Zunge ausgeht. Kann man trinken. Bei mir ist gerade nicht mehr so sprudelig. Die hat schon ein bisschen Weg hinter sich. Ist aber eindeutig schmackhaft. Daher meine Empfehlung. Red Bull-Waldfrucht. Oder Waldbeere? Waldbeere. Tut mir leid, mein Fehler. Mh, lecker.